Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Sie spielen den Freistoß schnell. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Özil. Die Gelegenheit! Das könnte gefährlich sein. Und er schießt! Der Ball ist drin! Also das darf nicht passieren. Sie geben die Führung gleich wieder her. Der Ball spielt der Rütz. Jetzt die Möglichkeit. Super gemacht vom Torwart. Kopfball. Das muss es sein. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Und der Ball wird weitergeleitet. Das könnte die Führung geben. Super gemacht vom Torwart. Und die Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Der Ball ist im Torwart.